Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Pox, das hier ist YouTubers Live. Heute befinden wir uns in Folge 5. Hoffe ich mal, ich habe nämlich nicht nachgeguckt vor der Aufnahme, das ist auch so typisch Pox. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir so beim letzten Mal machen mussten, wir haben unseren monatlichen Payout bekommen, oder wie? Es ist immer noch nicht genug Geld, um die Miete diesen Monat zu bezahlen, wir müssen unbedingt arbeiten, deswegen... Nein, danke, ich möchte mich jetzt nicht mit dir unterhalten, wir gehen jetzt erstmal an unseren Kühlschrank und puttern ein Stückchen, äh, was auch immer da ist. Hotdog oder Salat? Salat oder Hotdog? Ach komm, Hotdog. Hotdog, ungesund ist immer gut. Damit wären wir zumindest mal fit. So, Punkt Nummer 2, wir müssen unbedingt arbeiten, wir arbeiten als Programmierer, 10 Stunden lang. Naja, aber immerhin mehr Geld wie Schuhe putzen. Auch wenn er Schuhe putzen, nur... Keine Ahnung, wie lang gehen würde. Ähm, irgendwas stimmt mit meinem Mikro heute nicht, ich bin so leise, oder? Täusche ich mich da? Hm, mal gucken. Ich werde es sehen, wenn ich es hinterher schneide. Und mir dann denken, Pox, du hast wieder verkackt. Jetzt aber ab ins Bett, da ist einer total müde. Wo ist er denn? Kann ich dir rauszoomen? Ja, klar, ich kann rauszoomen. Du darfst gerne nach Hause kommen. Wow, ist der fertig. Schlafen. Einfach nur noch schlafen. Und danach will er wahrscheinlich wieder essen. Wann soll ich denn eigentlich endlich dazukommen? Zieh dich um, geh in die Disco. Nein, ich zieh mich nicht um und ich geh nicht in die Disco. Wir müssen jetzt mal wieder Let's Plays aufnehmen. Kann ich das nicht wegdrücken? Ach ja. Oh. Kostüme. Ich möchte mich nicht unterhalten, ich gehe jetzt in die Disco. Ja, Hauptsache es läuft Musik. Schon wieder der gleiche Scheißschuppen wie letztes Mal. Wir sehen auch ganz schön fertig aus. Oh, guck mal. Ähm, die Föbi. Ich würde Föbi sagen. Nennen wir sie Föbi, komm schon, ist egal. Ähm, wir unterhalten uns mal mit der. Ich bin immer mit deren Freunden. Vielleicht können wir mit der ja tanzen oder sowas. Oh, guck mal wie die lacht. Mal gucken, was sie zum Sagen hat. Blablabla. Blablabla. Vor einer Zeit habe ich In-Berg-Cars-Blablabla meine Honey-Playstations. Ich hab heute gar nicht, also mit dem Lesen ist heute gar nicht. Ich bin auch schon wieder viel zu lange wach und es ist eigentlich mitten in der Nacht. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Deswegen, ähm, so wie der gerade zur Tür reingekommen ist nach der Arbeit, so geht's mir jetzt gerade. Weil ich bin auch gerade zur Tür nach der Arbeit reingekommen. Aber ich dachte mir, heute nimmst du mal wieder YouTubes Live auf. Kam schon lang nicht mehr. Und? Warum haben die... Ach, das ist ne Kostüm-Party? Oh, shit. Joa, das bedeutet, wir müssen nochmal mit ihr reden, weil die mag uns noch nicht. Juhu! Wir sind jetzt Freunde. Können wir jetzt tanzen? Nein, wir müssen immer noch reden. Ah, das ist immer das Gleiche. Guck mal, der hier steht so ganz allein an der Bar rum. Was? Planet Wars. Cutter 2. Noch nicht gespielt. Ja, den hab ich noch nicht gespielt. Ich wirklich. Ich sitze jetzt auch vor, am PC zu spielen. Oh, die ist mir sympathisch. Jetzt können wir mit ihr tanzen. Wirklich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Da haben wir ja keine Punkte zu vergeben. Aber wir haben neue Karten. Ah, wir dürfen uns sogar eine neue aussuchen. Kurzer Kommentar. Was erfüllt? Feierlicher Schrei. Juhu! Den brauchen wir. Okay, aber jetzt ab. Ich darf noch eine Karte ziehen. Lustig Kritik. Feierlicher Schreien haben wir ja. Nein, ich darf doch keine Karte ziehen. Ich hab's verkackt. Was auch sonst. Darf ich eine Karte ziehen? Was ist meine Kartensammlung? Unlustiger Kommentar. Sinnloser Kommentar. Sarkastischer Kommentar. Die kann ich nicht deaktivieren. Was ist das? Die ist neu. Feierlicher Schrei. Hab ich die jetzt aktiviert? Äh, ja. Soll uns nicht interessieren. Euch jetzt wieder voll verkackt. Guck mal, wir waren sogar auf der Party. Wir sind ein Partytier. Wir bleiben ein Partytier. Ähm. Punkt Nummer 2 ist Essen. Wir haben nur noch Salat da. Guck mal, was ein Energy. Oh, 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 oh. Nein, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Ich bin nicht gesellig. Ich bin ein auf Star fixierter YouTuber. Und wir haben das... Wir haben das Blit. Wir haben... Okay. Das mit dem Sprechen muss ich mir auch nochmal überlegen. Wir haben das Spiel doch gespielt. Äh, das auf der C-Box kann ich nicht spielen. Die hab ich nicht. Das sind alles schlechte Spiele. Counter-Strike. Hm. Nein. Ich bin für das hier. Was nehmen wir da für ein Video? Preview. Ach, da haben wir jetzt nur eine Preview. Ja, da müssen wir jetzt ein Gameplay machen. Ich hoffe mal... Ich möchte nicht einkaufen. Verdammte Kacke. Was ist hier los? Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug Geld für die Miete, oder? Kann das sein? Oh doch, Tatsache. Insgesamt zu Zahlen 80... So. Zweiter Versuch. Neues Gaming-Video. Ich hab schon wieder einen Punkt verloren hier oben. Gameplay. Video starten. Ich hab's grad voll verkackt. Ähm... Wir haben jetzt ein Popschutz-Mikrofon mit Mono-Ausgabe. Ich wüsste nicht, was uns die Stereo-Ausgabe bringen soll. Also ich nehm mein Mikrofon auch im Mono auf. Wir brauchen unbedingt noch ne bessere Webcam. Ähm... Das ist... Das ist, äh... Tatsache. Aber... Ne Kombination kann ich ja... Konfiguration. Ja, und... Komm schon. Titel. Ich weiß nicht. Funktionieren hier Clickbait-Titel? Äh... Intro. Ja klar. Intro. Hat sich das Interface nochmal geändert? Ja, da sind die... Guck mal. Ich kann die... Ich kann die jetzt freigestalten. Ähm... Unlustig. Unlustig im Intro ist immer gut. Eigentlich... Naja. Äh... Was... Was war... Bist dein Level aufgestiegen? Ich würd sagen, da äußern wir uns mal fröhlich. Wir haben jetzt noch eine Szene. Wir haben noch genug Punkte. Und zum Abschied machen wir noch was Lustiges. Ich möchte die Leute immer gern zum Lachen bringen. Das passt nicht so, oder wie? Und ich hab... Irgendeinen Frosch im Heiß oder so. Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Nein, jetzt hab ich's durcheinander gebracht. Du... Und dann du... Und... Du passt mal wieder nicht dahin. Aber das ist mir egal. Da ist so ein Aligone-Feilchen drin. Ähm... Was brauchen wir denn noch? Wir können alles machen. Renderhahn! Gott. Guck mal, wir haben einen neuen Nachbeerbeerungsrekord. Wir haben einen neuen Level. Wow, 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 wow. Was geht denn hier ab? Das Video müssen wir unbedingt hochladen. Das ist... Das hat zwar anscheinend kein so ein hohes Interesse, aber... Laden wir es mal hoch. Wir haben ja jetzt in der neuen Wohnung schnelles Internet. Ähm... Ich würde nur sagen... Wo ist mein ganzes Geld hin? Ist der Monat schon wieder rum? Mir soll es egal sein. Wir haben eine neue Karte. Lustige Kritik. Oder ein Ratschlag. Oh, ein Ratschlag. Ratschlag. Ratschlag, Rätsel, Schlägen. Das ist immer gut. Ähm, wir nehmen noch ein Gaming-Video auf. Und zwar... Müssen wir jetzt dann gleich noch Spiele kaufen, auf jeden Fall. Ähm... Ich nehme aber noch mal eins von den Videos hier auf. Gleiche Konfiguration, natürlich. Ah, unser PC ist noch beschäftigt mit Rändern. Da müssen wir noch warten. Können wir das... Währenddessen... Einkaufen. Nein, der Computer arbeitet. Damit... Hey, wer bist denn du? Was machst du hier? Hey, ich muss hier gerade was... Für meinen Computer holen. Bin gleich wieder weg. Lässt jetzt aber schon unseren Computer stehen und klaust dir nicht. Kann ich den mal nach dem Date fragen? Hmm... Hmm... Ähm, wir müssen noch unbedingt Essen einkaufen. Oh, hier. Das Spiel läuft schon. Ich guck mir die Kommentare jetzt mal nicht an. Ähm... Erstmal müssen wir jetzt einkaufen. Unbedingt erst essen. Bei Superfood. Da gibt's doch bestimmt gutes Essen. Einladung ins Kino. Boah, Junge, ich wollte mir gerade was zu essen bestellen. Oh. Okay, gut. Ähm... Bisschen Sandwich, bisschen Salat. Ja. Geht ja nicht anders, ne? Das bedeutet, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, gehen wir erstmal arbeiten. Autos waschen. Das kann ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu müde dazu. Ja gut, dann gehen wir erst schlafen und dann arbeiten. Das Video läuft ganz gut hier. So wie es aussieht. Ähm... Ja, ich würde sagen, auf zur Arbeit. Wir können jetzt ein Event begleiten oder Autos waschen oder Zeitung aussagen. Ich bin für das Event begleiten. Und wenn wir dann von der Arbeit nach Hause kommen, dann essen wir was. Aber die Essenslieferung ist nämlich auch noch nicht gekommen. Da müssen wir auch noch ein bisschen drauf warten. Und mein Heuschnupfen bringt mich heute um, liebe Kinder. Das ist echt schlimm. Wenn die beim ins Mikrofon reden, einfach mal die Nase läuten. So. Wir haben Geld. Das reicht zwar noch nicht für die Miete, aber ist mir egal. Sonst wohnen wir halt wieder bei Mami. Äh, ich hab eigentlich Essen gekauft. Mal gucken. Okay. Chill hier ein bisschen. Lenk dich ab. Wir haben auf jeden Fall zehn Sandwiches. Möchtest du sagen, Sandwich? Ich hab genug da. Ich hab eigentlich gekauft. Nur für dich. Nein? Gut. Dann kriegst du kein Sandwich. Wir machen uns anders Video. Nein, nicht Pause. Play. Play. Los. Gib Gas. Und, ähm, mit unserem nächsten YouTube-Gehalt-Check. Weg. Ja. Ein bisschen Intro. Ähm. Ähm. Hauptmenü. Oh Gott. Äh. Ja. Lustig. Das hat schon mal nicht gepasst. Warum sehe ich das jetzt nicht mehr? Das war vorher einfacher. Hä? Versteh's nicht. Was? Was? Aufgabe bewältigt. Fröhliche Äußerung. Na, also wenn die nicht passt. Ich bin heute echt verwirrt. Äh. Was ist das? Spielebildschirm. Postschnitt. Ernster Kommentar. Sarkastisch. Es geht nur sarkastisch. War das gut? Es war anscheinend gut. Vlogs. Du hast eine neue Videokategorie. Wir können jetzt vloggen. Wir können vloggen. Leute. Wir können vloggen. Okay. Ja. Das wird jetzt kein Rekord oder sonst irgendwas. Habe ich mal das Gefühl. Aber wir haben zumindest im Scripting und in der Interaktion ein neues Level. Und in der Videonachbearbeitung. Ich weiß nicht warum wir da Level aufsteigen. Hab das mit der Nach... Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie das mit der Nachbearbeitung funktioniert. Ähm. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, wie das mit den Vlogs geht. Während meine Katze im Hintergrund durchdreht. Was mir aber egal ist. Was die für ein Problem hat. Ähm. Ja. Schlafen. Und dann müssen wir den PC erstmal reparieren. Wow. Guckt mal, dass wir Kohle bekommen haben. Guckt euch das mal an. Wir haben auf jeden Fall Geld für die Miete. Ja. Da bestellen wir einen Monteur. Und dann gehen wir mal einkaufen. Ich hoffe mal, das Ding funktioniert noch. Achso. Während ich da jetzt dran sitze, kann der da reparieren? Ja. Keiner. Mal gucken, ob wir uns jetzt irgendwas fürs Vlogging bestellen können. Ich weiß doch nicht, warum wir Final Premiere... Kann man da mehr machen? Ist ganz schön teuer eigentlich, ne? Hm. Sollen wir eine neue Webcam kaufen gleich mal? Ja, komm schon. Ich möchte ja meine... Meine... Ja. Ich möchte ja meine... Meine Spiele... Meine Gameplays ein bisschen... Immer, immer, immer erweitern. Aber wie kann ich jetzt vloggen? Das würde mich mal interessieren. Erstmal ein Paket hier aufmachen. Ist das schon unsere Kamera? Wow, das ging schnell. Okay. So. Part Nummer 2. Noch ein Spiel kaufen. Genau. Und das war's. Wir müssen unbedingt... Wo müssen wir dann da hin? Konsolen. Auf amazing.on. Amazing.on. Da gibt's nichts Neues. Was sind denn die Topseller? Das hier. Das sieht gut aus. Das ist gut und günstig. Ja. Warum nicht? Kaufen. Hab ich das Spiel jetzt schon runtergeladen? Nein. Kommt bald an. Das ist eine Art Tetra, so wie es aussieht. Kaufen ein Spiel. Das war sowieso ein Ziel von uns. Ähm. Ich bin ja gespannt. Da ist unser Spiel. Öffnen. Okay. Cool. Bist du dich unterhalten? Ja, okay. Dann unterhalten wir uns halt. Ach, das ist ein Chat. Okay. Während die beiden sich unterhalten, wir schon wieder arm wie Kirchenmäuse sind. Wir können uns nicht mal die Miete leisten können. Ähm. Möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Gebt einen Daumen nach oben. Hilft mir unheimlich. Ähm. Kostet euch nichts. Ich bin gerade verwett. Sowas von. Und rein macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Peace.